Tick-Tack-Zeit läuft ab! Eines Nachts, genau um Mitternacht, in Toms Zimmer. Hiermit verfluche ich dich! Ab jetzt und für immer! Hehehe! Und sobald du dich in ein Mädchen verliebst, verwandelst du dich um 12 Uhr in das abscheuligste Monster, das die Welt jemals gesehen hat. Du kannst nur durch den Kuss der wahren Liebe erlöst werden. Aber wer glaubt denn, dass sie dich da noch küssen möchte? Hahaha! Das kommt davon, wenn man sich mit einer Hexe anlegt! Am nächsten Tag verliebt er sich sofort in die Neue aus deiner Klasse. Sie heißt Clara. Wow, ist sie hübsch! Warum starrt mich dieser Typ da drüben denn so komisch an? Die beiden treffen sich abends im Park. Dabei vergisst Tom den Fluch. Hey, wie geht's? Du siehst toll aus. Hi, mir geht's gut, danke. Tom meint endlich, seine wahre Liebe gefunden zu haben. 5, 4, 3, 2, 1, 0 Als Tom sich plötzlich in das abscheuliche, hässliche Monster verwandelt hat, ging Clara langsam aber geschockt weg. Was, was ist passiert? Ich glaub das alles nicht. Clara, warte, ich! Am folgenden Tag bittet das Monster, Clara ihr alles erzählen zu dürfen und so treffen sie sich am Strand. Es tut mir wirklich sehr leid. Ist schon okay. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.